Ist IT für dich nur ein lästiges Pflichtthema oder hattest du schon immer ein Interesse an Digitalisierung, Datensicherheit und technischem Fortschritt? Auf diesem Kanal ist das egal. Letztendlich will ja jeder, dass die IT zu Hause zuverlässig und einfach läuft. Was aber heißt das? Erstens mal muss Datensicherheit automatisch stattfinden, damit du hier eine Sorge weniger am Tag hast. In dem Wissen, dass die eigenen Daten und auch die der Mitmenschen in Sicherheit sind, schläft es sich einfach ruhiger. Zweitens sollst du aktiv von der Digitalisierung profitieren. Du kannst genauso wie die Big Player und globalen Riesenunternehmen endlich persönliche Vorteile aus der Digitalisierung ziehen, anstatt nur ein Spielball davon zu sein. Was hält dich also auf? Wenn es dir wie mir früher geht, fehlt es einfach an Aufklärung. Das Überangebot von Lösungen am Markt ist enorm, die Komplexität der IT ist abschreckend und anfangs scheut man hier verständlicherweise sämtliche Kosten. Es ist nicht auf Anhieb klar, welche Systeme untereinander kompatibel sind und von Freunden und Verwandten hört man hauptsächlich von den Global Playern, die überall sind und die sich mit Datentrading bereichern. Du willst zwar eine möglichst leichte und günstige Lösung, hast aber dennoch zu Recht ein mulmiges Gefühl dabei, alle deine digitalen Daten und Werte in öffentliche Clouds hochzuladen. Denn was steht letztendlich für dich und deine Mitmenschen auf dem Spiel? Du kannst deine eigenen Daten verlieren und die deiner Familie. Bei vielen liegt alles Wichtige nur auf dem PC. Wenn der einmal kaputt geht, gehen damit wertvolle Erinnerungen verloren. Hochzeits- oder Babyfotos oder sogar essentielle Dokumente wie Zeugnisse. Und noch etwas ganz Wichtiges steht auf dem Spiel. Zeit. Wenn deine IT zu Hause schlecht organisiert ist und die Geräte untereinander nicht kooperieren, verlierst du wertvolle Zeit. Aber kommen wir mal zur guten Nachricht. Wir leben zwar in einem immer komplexeren Alltag, aber gleichzeitig auch im Zeitalter der Information. Das heißt, dass uns sämtliches Wissen auf Knopfdruck zur Verfügung steht. Im Internet, auf YouTube, Facebook etc. ist alles zu finden. Mit dem entsprechenden Wissen findest du die Lösung, die zu dir passt, die einfach zu bedienen ist und die auch höheren Anforderungen standhält. Solide Produkte helfen dir, die volle Kontrolle über deine Daten zurückzugewinnen und wieder unabhängig von amerikanischen Servern zu sein. Wenn doch mal etwas schief geht, brauchst du eine vertrauenswürdige Marke mit Service, die dir den Rücken frei hält. Fange noch heute an, dich kostenlos auf diesem Synology-Kanal weiterzubilden und mache aus dem Pflichtthema IT eine echte Leidenschaft. So verlierst du nicht nur die Scheu vor sämtlichen IT-Herausforderungen und kannst als Sperrspitz der Datensicherheit agieren, sondern du wirst auch vielen anderen Menschen mit deinem Wissen einen echten Mehrwert bieten können. Ich bin Hassan von Synology und wir zeigen dir hier, wie du durch einfache Produkte alles erlernst, um Licht ins Dunkel der modernen Technologien zu bringen. Dadurch meisterst du endlich dein IT zu Hause und wirst zum Vorbild in Sachen Datenschutz und das nicht nur für deine Liebsten.